Musik Ich bin Daniela Kroneder, ich bin 23 Jahre alt. Mein Name ist Philipp Häusler, ich bin 28 Jahre alt und seit drei Jahren für die Messe Augsburg tätig. Ich habe bereits Fuß gefasst in der Eventbranche, da wo ich jetzt bin. Und das Studienkonzept der TUCIT ermöglicht mir eben, das alles unter einen Hut zu bringen. Mein Arbeitgeber steht dem sehr, sehr positiv gegenüber. Er weiß natürlich auch, dass er davon profitiert. Mein Name ist Cornelia Zanger, ich bin Professorin für Marketing an der Technischen Universität in Chemnitz und als Studiengangsleiterin der Kopf hinter unseren Studienangeboten im Bereich Event und Messe. Als Universität erhalten wir dabei Unterstützung durch unseren renommierten Praxispartner Studieninstitut für Kommunikation Düsseldorf. Auch ein Grund, warum ich mich für die TUCIT entschieden habe, ist, weil hier besonders viel Wert darauf gelegt wird, einen Bezug zwischen Theorie und Praxis herzustellen. Und das sieht man dann vor allem besonders an den unterschiedlichen Dozenten, die die diversesten Hintergründe haben. Ob es jemand aus der Theorie ist, der schon seit Jahren Eventforschung betreibt oder jemand aus der Praxis, der seit 20 Jahren eine Eventagentur leitet. Mein Name ist Klaus Gunert, ich bin Professor für Marketing an der Universität in Oros in Dänemark. Ich komme zweimal im Jahr nach Chemnitz, um hier an dem Studiengang über Eventmarketing das Modul Käuferverhalten zu unterrichten. Die Weiterbildung zum Thema Eventmarketing ist ein wichtiges und innovatives Element, für das, glaube ich, ein großer Bedarf am Markt besteht. Was auch ein sehr wichtiger Aspekt ist, ist das Netzwerk, das man hier bildet. Es sind sehr unterschiedliche Leute aus unterschiedlichen Bereichen hier im Studiengang tätig. Ganz besonders betonen muss man auch den fantastischen Service, den die TUCIT bietet. Der Studiengang ist perfekt organisiert, es kommt nichts zu kurz. Man fühlt sich immer gut aufgehoben. Ich darf Sie herzlich einladen zu unseren Studiengängen im Bereich Event und Messe. Wir freuen uns auf Sie, werden Sie Teil unserer Community von über 200 Absolventen. Wir freuen uns auf Sie, werden Sie einladen zu unseren Studiengängen im Auftrag des ZDF-DF-DF-DF-DF-DF-DF-DF.